Der Wissenschaftspreis hat für den Verband einen sehr, sehr hohen Stellenwert und wir freuen uns jedes Jahr wieder tolle hochkarätige Preisträger prämieren zu dürfen. Da ist natürlich schön, dass man auch im akademischen Bereich den Fokus setzen kann auf Alternative Investments. Investoren haben natürlich Interesse an diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Forschung an sich ist kein Selbstzweck. Besonders spannend ist, dass es noch viel Unerforschtes gibt. Also die Auszeichnung ist natürlich für uns als Forscher immer eine ganz große Ehre. Der wissenschaftliche Diskurs ist natürlich auch im Bereich Regulierung essentiell. Dazu leistet der BAE Wissenschaftspreis einen großen Beitrag.